Es gibt ja auch von Linken immer komische Klischees. Es gibt ja zum Beispiel dieses Klischee, Türken sind mega gastfreundlich. So, und ich hab zwei türkische Freunde, die sind beide auch mega gastfreundlich. Ich denk dann immer, ach, die Türken wieder. Einfach geile Menschen. Einfach geile Menschen. Wo ich immer denke, so, ja, aber natürlich ist das auch ein Klischee. Irgendwo in Antalya muss ein Türke sitzen, der sich denkt, ich hasse Besuch. Warum bin ich nur als Türke geboren worden? Warum nicht als Sachse?